Wir kommen zum zweiten Kampf. Mixed Martial Arts in der Klasse C70 Kilo Farb, angesetzt auf zwei Runden a fünf Minuten. Ich rufe als erstes in die blaue Ecke vom Kampfsportteam Althoff aus Nürnberg, André Lichtenwald! Ich rufe seine Gegnerin für die Rote Ecke. Er kommt vom Team Arashi aus Reutlingen. Simon Eberlein! Ich rufe deine Gegnerin für die Rote Ecke und mir. Das war's für heute. Ringwahlzeitrunde Round 1 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 Ringwahlzeitrunde Round 2 Ringwahl秒 Sieger durch Knockout nach 56 Sekunden der ersten Runde in blauer Ecke, André Lichtenwald. Vielen Dank.